Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing a Planet, Freunde. Ist ein kleiner Zwischenschub, ihr seht, ich bin immer noch in Louisiana und zwar aus dem Grund, dass ich hier das letzte Mal gespielt habe beim crappy Halbfinale, beim Turnier. Ähm, seitdem ich wieder angerüht das Spiel, das Finale habe ich ja nicht mehr mitgespielt, weil ich da schon kurz zu weit gezockt habe, beziehungsweise wieder am Livestream gemacht habe. Die anderen waren ja dabei und ich gucke mal kurz, ob es schon neu angekündigt sind. Ne, hat sich nichts getan. Neue Turniere gibt es nicht, also erstmal irrelevant. Aber die haben heute ein, oder gestern schon, ein kleines Status-Update rausgehauen, weil die halt mal so ein Q&A hatten, ich glaube auf Facebook oder so, oder keine Ahnung, wollten hier auf jeden Fall so ein Frage-Antwort-Ding, ein neues und dann haben sie sich die meistgestellten Fragen, glaube ich, rausgepickt und die mal kurz beantwortet oder die Highlights davon beantwortet. Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Antworten auf die anderen Fragen auch. Aber ich habe jetzt nur die Highlights, ähm, gesehen, die die gepostet haben und deshalb gehen wir die mal kurz durch, denn da stehen ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, vorher noch das Set, aber ich werde einfach von Alligator-Eucht angeln in der Zeit, einfach, weil ich da hoffentlich nicht so viele Fische fangen werde, um mehr Zeit aufs Handy zu gucken. Ähm, Boots 200 SE, Redfish, 4400. Oh, ich habe eigentlich die kleine dabei, habe ich eigentlich die große nicht mit? Frag ich mich gerade so? Ne. Ähm, 0,45 auf Lugo, 60 cm tief. Scheine als Köder und dat war's. Heißt, wir gehen zu diesem Spot hier und werden mal versuchen, da ein paar Fische zu fangen. Und dann werde ich mir gleich auf meinem Handy die Fragen mal angucken. Und dementsprechend gehen wir das mal durch und gucken mal, was es da so Neues gibt. Es gibt auch ein paar Infos zu den Booten und zu denen der nächsten Updates geplant sind und so weiter und so fort. Aber erstmal stellen wir uns hier hin und nehmen, glaube ich, die 1 in der Hand. So, 1 habe ich gesagt. Und dann haben wir das Ding einfach mal ins Wasser. Äh, muss doch kurz gucken. Wie war ich hier Werft gerade? 28, schon fast 2 Meter zu kurz, war? Ich vertraue dem wieder nicht, wenn das nicht auf 30 Meter liegt. Dann müssen wir das jetzt reinholen. So lange nicht mehr gespielt, dass ich gar kein Feeling mehr habe für den Auswurf, aber da kriegen wir schon noch hin. Lieber zu weit werfen und dann reinholen, als zu kurz. So. Jetzt nur auf 32, damit können wir arbeiten. Äh. Da. 30. Sehr gut, da können wir das mal lassen. Und ich werde mir jetzt hier mein Handy schnappen. Und ich muss kurz mal mein Ladekabel verlegen, weil mein Handy fast leer ist. Aber das wird jetzt hier noch reichen, denke ich mal. Ähm, und da muss ich jetzt natürlich noch das passende Zeug hier raussuchen. Weil ich natürlich wieder top vorbereitet hier bin. Fishing Planet. Da haben wir was. So, ich glaube, die haben es auf Facebook gepostet, oder? Ähm. Jo. Jetzt ist ein bisschen Link zur Steam-Community, wo es dann letztendlich drin stand. Äh. Ich sollte vielleicht auch mal die Zeit vorspulen, sehe ich gerade. Oh, guck mal, da war sogar ein Fisch. Schade. Aber. Die Ballzeit ist gerade nicht die beste. Das machen wir natürlich vorher. Damit wir hier überhaupt was fangen. So, machen wir mal auf 19 Uhr. Oder so. Haben wir erledigt. Hau das Ding wieder ins Wasser. Und versuchen unser Glück noch mal. Von vorn. So, kommen wir da schön auf 30 Meter hier. So. Perfekt. Da können wir es lassen. So, und dann gehen wir tatsächlich durch. Ähm. Denn die haben erst mal so eine, so eine Zeitscale gemacht, sag ich mal, woran die überhaupt gerade arbeiten. Und wann das ungefähr kommt. Und da ist doch schon die erste Überraschung aufgetreten. Oh, der Fisch auch direkt mal abgezogen war. Ähm. Denn eigentlich war das ja so geplant, dass, ich glaube, diesen Monat, oder spätestens, wobei wir haben jetzt schon März, also diesen Monat, auf jeden Fall, ähm, wenn nicht sogar schon letzten Monat, sollten ja eigentlich die Boote schon kommen. Und Nachtangeln und was weiß ich, wurde zumindest in der letzten Roadmap angekündigt, Freunde. Und, äh, das ist weit entfernt, sag ich mal. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, aber wir haben erst mal den ersten Alligatorrecht hier am Start. Mit dem geilen Grip hier, der einfach mal durch die Nase geht. Erst mal so ein Nasenpiercing. Kann's doch mal machen. Den Fisch einfach mal piercen. So. Neuer Wurf, neues Glück. Mal sogar fast die 30 Meter getroffen. So. Ähm, und zwar arbeiten die tatsächlich gerade am Nachtfischen. Zum einen. Und das dauert noch ungefähr einen Monat. Also da sind sie fast rum. Zeitplan mit einem Monatverzug, hab ich sogar fast selber gerechnet. Äh, dass das vor April nichts geworden wäre mit den Booten und mit dem Nachtangeln. das war mir schon fast klar. Ähm, von daher sind sie da. Tatsächlich, sag ich mal, in meinen Erwartungen geblieben beim Nachtangeln. Also das wird wohl dann in einem Monat kommen. Also, ja, die sagen jetzt einen Monat, also wahrscheinlich nur in zwei. Hey, aber gut. Scheiß drauf. Ähm, dann arbeiten sie gerade an den Quests und Missionen. Und da wundert mich ehrlich gesagt, dass das noch zwei bis drei Monate dauern soll. Ähm, wobei andererseits haben die halt auch erst vor kurzem überhaupt gefragt, was man sich so für Missionen wünscht. Ne, die hatten ja auf Facebook da, keine Ahnung, hatten ja gesagt, ähm, ihr könnt da Ideen vorschlagen, was man da für Quests haben möchte und so weiter und so fort. Und dementsprechend gut. Das dann irgendwie umzusetzen. Na, ob das zwei bis drei Monate dauert, weiß ich nicht. damit Anschlag verhauen. Ähm, aber hier steht es auf jeden Fall. Dauert zwei bis drei Monate. Was aber dann der nächste Punkt ist, ist tatsächlich groß, boah, dieser scheiß Husten. Ähm, große Seen und Boote, die sind auch in Arbeit. Aber, Freunde, ich schreibe mir jetzt auch noch in Klammern mit Echolot, was auf jeden Fall nice wird. Aber dann steht da halt die Zeitangabe da und da steht drei bis fünf Monate. Und drei bis fünf Monate ist natürlich meilenweit von Februar, März entfernt, was die halt in der Roadmap noch geschrieben hatten. Ähm, ja gut, ich glaube, es liegt sogar, ehrlich gesagt, weniger an den Booten an sich, weil die haben sie, da gibt es ja schon Videos von, schon seit Ewigkeiten. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall die 3D-Models schon, die haben auch hier ein paar Bilder in dem Ding hinzugefügt, die ich kann halt unten verlinken, weil ich das nicht vergesse, aber ich vergesse das sowieso. Ähm, also die Boote sind, glaube ich, schon, weiß nicht, ob die halt funktionsfähig sind, also man kann auf jeden Fall fahren, davon gibt es ja Videos. Aber ich glaube, das Problem liegt vielmehr an den Gewässern, weil, ganz ehrlich, was bringt dir ein Boot hier auf so einem Tümpel hier oder überhaupt an den Gewässern, die bis jetzt halt existieren? Ne, du brauchst halt im Endeffekt gar keine Boote. Michigan ist, glaube ich, noch mit das Größte aktuell. Und, ja, ob du da halt dann unbedingt ein Boot für brauchst, ich glaube, Michigan wäre fast das Einzige, wofür sich das so halbwegs lohnt, würde auch nicht so richtig, aber zumindest mehr als für die ganzen anderen Tümpel, wenn du da auf den Flüssen da im Mudwater rumfährst oder was, keiner an, lohnt es dir ja nicht, ne? Und deshalb glaube ich, dass es halt mit den großen Seen sich eher verzögert, dass man die erstmal designen muss, implementieren muss und so weiter. Und, das halt in Kombination dann mit den Booten dazu führt, dass das doch etwas dauert. Also, drei bis fünf Monate auf jeden Fall mit den Booten. Ganz schöner Zeitsprung noch, den wir da zu überbrücken haben. Im Moment haben wir zum Glück Call of the Wild am Start. Das macht Bock, das macht Laune. Und da müssen wir mal gucken, da war halt zwischendurch halt die ganzen Turniere mitnehmen, die da hoffentlich noch kommen in der Zwischenzeit. Dann haben sie auch noch das Feeder-Fischen und Grundangeln und den Rest können übersetzen. Button Fishing Lakes in Fish? What? Dort man hier angeln kann, ist mir schon klar. Aber auch das Grundangeln und das Feederangeln dauert auf jeden Fall noch drei bis vier Monate. Kommt also wahrscheinlich noch vor den Booten oder halt mit einem Update, wobei ich das nicht glaube, dass die halt so ein riesen Update raushauen. Aber ist fast auf jeden Fall vor den Booten. und dann arbeiten sie auch noch an den an den Clubs, Teams und an den Spieler gesteuerten Turnieren. Und auch das dauert noch vier bis sechs Monate. Da frage ich mich ganz ehrlich, was machen die in der ganzen Zeit? Das ist das sind solche Zeitspannen. Okay, die machen jetzt Nachtfischen, was in einem Monat ungefähr kommt. Aber dass die dann halt für ich will jetzt nicht sagen banale Sachen, aber Clubs und Teams sind jetzt nicht so hart, sag ich mal, dass man dafür unbedingt vier bis sechs Monate braucht. Wahrscheinlich stehen in der Prioritätenliste einfach so weit hinten, dass man sich erstmal so auf die großen Seen und die Boote fixiert, dass man da irgendwie wahrscheinlich gerade versucht, das irgendwie rauszuholen. Weil das Team hat auch nicht groß, das schreiben sie unten auch nochmal, dass die glaube ich 20 bis 25 Personen sind. Ist auch gut, dass die selber keine Zahlen nennen. Sondern so, ja wir sind 20 bis 25. Ändert sich täglich wahrscheinlich. Ähm, ja auf jeden Fall, ne. Sind auch noch, sind definitiv noch riesen Zeitspannen, die da zu überbrücken sind. Und das war eigentlich schon alles, woran die gerade arbeiten. Was heißt, schon. Also, mit Sicherheit ist das auch schon eine Menge. Aber manche davon sind halt auch weniger komplex, manche Sachen, ne. Also das Nachtangang zum Beispiel ist auch so ein Punkt, ne, dass der halt noch einen Monat dauert. Weiß ich nicht. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes als zu sagen, okay, die Fische beißen auch nachts. Ja. Wobei, da kommen natürlich noch dann anderes Tackle und so. Ähm, also hier so Leuchtposen und hast du nicht gesehen und so. Ja gut. Ist halt ein bisschen Aufwand dann, aber jetzt auch nicht unmenschlich viel, ne. Ähm, Ja, das war erstmal das grobe, woran die gerade sitzen. Und dann haben wir so ein paar Fragen hier beantwortet, die teilweise schon in dem letzten Q&A beantwortet wurden. Ich glaube, ich muss hier neu auswerfen, hier tut sich ja gar nichts gerade. Bisschen mau. War schon ein bisschen kurz, ne. Topfwurf wieder von mir. Ähm, da war auf jeden Fall eine Frage, ob die halt das Salzwasser Fischen endlich oder überhaupt mal implementieren oder überhaupt mal, ob das überhaupt kommen wird. Und da haben wir noch geschrieben, haben wir auf jeden Fall geschrieben, ja, Salzwasser Fischen wird definitiv auch kommen, aber in acht bis zehn Monaten. Also sagen wir mal realistisch, nicht vor einem Jahr. Ja, also da brauchen wir uns sich's vormachen, dass das jetzt hier nicht morgen aus dem Boden gestampft wird. Also wenn das im nächsten Jahr kommt, dann sind sie glaube ich schon gut dabei. Ähm, dann ein Punkt, der glaube ich viele, viele interessieren dürfte, ist, ob die halt ein Feature bringen, was es möglich macht, Fische zu fangen, ohne dass man grinden muss und Angst haben muss, Geld zu verlieren, weil seit dem Update haben wir viele Probleme mit Geld gehabt und ja, keine Ahnung, also weiß ich nicht, also ehrlich gesagt, das habe ich da Problem nie gesehen gesehen und letztes Mal hat auch noch irgendwer in den Kommentaren geschrieben, dass das Problem halt wirklich nicht existent ist und man durchaus Geld verdient, wenn man einfach nicht hier alle zehn Minuten irgendwo hinreißt, ja, weil das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, aber auf jeden Fall wurden halt gefragt, ob es halt irgendwie mal so eine Funktion gibt, ob man das hier irgendwie mal erinnern kann und dann geschrieben, dass es halt durch die Mission und Quest soweit sein wird, dass man wahrscheinlich da halt dementsprechend Geld bekommt und dann nicht mehr so auf Großfische angewiesen ist wie es jetzt zum Beispiel ist, ja, jetzt musst du halt einen ganzen großen Fisch fangen, wenn der kleine Fisch fangen ist, dann kriegst du halt die Kohle nicht rein, aber wie wir oben gesehen haben, dauert das noch ganz schön lange, bis Quest kommen, also zwei bis drei Monate haben sie ja gesagt, so, was haben wir da noch, will we ever get FLW or Bastard Tournament Format, also ob es so Turniere geben wird, wie es in den USA quasi üblich ist, wo die halt alle morgens mit dem Boot da rausfahren auf den See, dann zu einer bestimmten Uhrzeit müssen wir zurück sein und dann ist halt fünf schwersten Fische gewinnen oder so ein Bullshit da, kennt man ja, ähm, mit Leaderboard und hast du nicht gesehen und, ja, da schreiben wir auf jeden Fall, dass es sowas geben wird, sobald die Boote da sind, dann werden die Turniere halt, ähm, insoweit abgeändert, dass es da halt diese Boat-Style Tournament schreiben sich, also diese, diese Boat-Turniere halt unterstützt werden und das wird glaube ich richtig lustig, das erinnert mich dann schon so ein bisschen an Trophy-Bars früher, da gab es halt auch mal diese Turniere, wo du halt mit dem Boot da rausgefahren bist, mit allem Mann und da musst du halt deine Fische da rausziehen, also ich glaube, das kann schon mal ordentlich werden, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber wie gesagt, wenn das nach den Booten kommt, dann dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen, aber guck mal, wir kriegen auch mal wieder einen Zupfer, Wahnsinn, Wahnsinn, wenn wir den jetzt nicht verhauen, dann ist es sogar noch besser, aber nicht den Tag vor den Abend loben, ne, also muss ich überhaupt abziehen, dann müssen wir uns Gedanken machen, um es verhauen und nicht verhauen, ah, haben wir geschafft, Glückwunsch an mich, so, ähm, dann fragt einer, ob die, eine Aquarium-Option bringen werden, heißt also, dass man die Fische irgendwie in 3D-Tank unter Wasser da sehen kann, weil er gerne seine Unix da rumschwimmen sehen möchte, ähm, ja, man könnte Kosmetik fürs Aquarium kaufen, und so weiter und so fort, und da schreiben sie, dass das tatsächlich ein Teil sein wird, fürs nächste Update, was in einer Woche kommt, also, es kommt demnächst ein Update, dem wir auch ein paar Bilder hier hinzugefügt, äh, eingefügt, sieht ganz, ja, was heißt, es sieht irgendwie nicht wirklich aus wie in der Aquarium, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber so die Grafik von einem Fisch mal in 3D zu sehen, das ist dann schon ganz schick, also, das kann mit sich helfen, die haben aber auch dann die Routen hier, du kannst dann halt also die Routen alle in 3D sehen und deine Köder und was weiß ich, wird halt wahrscheinlich dann zu jedem einfach so eine 3D-Option geben, also so ein richtiger Aquarium ist es dann wohl nicht, also eher so eine kurze 3D-Ansicht von deinem Fisch trotzdem ganz nett, denn weiter unten ist auch noch ein neuer Fisch tatsächlich zu sehen, der Snoop, ich weiß gar nicht, was die deutsche Übersetzung davon ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Barsch-artiger, Wolfsbarsch oder so weit, ich glaube, die sind zumindest entfernt verwandt, sage ich mal, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich glaube, Snoop ist nochmal was anderes, frage mich auch nicht, wie die auf Deutsch heißen, könnte ich eigentlich mal schnell googeln, wahrscheinlich heißen die dann Deutsch, aber Snoop, 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 die Snoop sind eine Fischkartung aus der Gruppe der Karangaria, alles klar, Riesenbarsche, guck, habe ich schon gesagt, Barschartige, kennst du meine in den Rückenflossen, aber haben die keine deutsche Übersetzung? Arten, ich nehme auf Arten, da stehen wir schon welche dabei, ja, geil, da stehen lateinischen Namen, da kann ich natürlich viel anfangen, keine Ahnung, was für Fische letztlich dazugehören, oh, wir haben aber auch einen, aber was Kleines haben wir da, oder? Oh Gott, ja, auf jeden Fall haben sie da ein Bild rausgehauen und das Interessante ist, dass das tatsächlich eigentlich ein Salzwasserfisch ist, das ist kein Süßwasserfisch, sondern ein Salzwasserfisch, aber der kommt halt genau wie der Tapoon auch im Brackwasser vor, deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der, ich weiß nicht, wie der in real verbreitet ist, oder ob der in Folge darum schwimmt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er dann in diese Brackwasserregion kommt, vielleicht dann auch schon mit dem nächsten Update, wo halt auch der Tapoon rubschwimmt, weil da ist ja aktuell wirklich wenig los, muss man mal ganz ehrlich sagen, da ist halt der Tapoon, den halt mit Glück einmal in der Stunde fängst, aber sonst ist er halt echt tote Hose, ne, und könnte sein, dass sie den tatsächlich da reinbringen, könnte ich mir zumindest vorstellen, also bin ich mal gespannt, was da kommt, ähm, dann schreiben sie tatsächlich, das was ich gerade schon angesprochen habe, ach ne, guck mal, sogar noch, noch eine vagere Schätzung, als ich es gerade genannt habe, nämlich diese Teamgröße, wie viele gerade am Spiel arbeiten, um das zu verbessern, da schreiben sie 10 bis 25, ein Tag sind 10, ein Tag sind 25, ja, wie du halt Entwickler so brauchst, ne, mal mehr, mal weniger, und dann natürlich irgendwie die überflüssige Frage von allem, warum sie die mal reingenommen haben, weiß ich nicht, nämlich ob die Boote, Kanus und Kajaks irgendwann hinzufügen werden zum Spiel, und dann schreiben sie, ja, dass es bald sogar einen Beta-Test geben wird, zu dem ich natürlich wie immer nicht eingeladen werde, ist auch egal, darfst ihr keine Videos von machen, von daher, juckt mich nicht, aber wird wohl dann bald ein Beta-Test geben, was mich dann aber schon verwundert, weil wenn es jetzt ein Beta-Test zu Booten gibt, warum dauern die dann noch ein halbes Jahr, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber wird dann wohl, na gut, ich weiß auch nicht, was die jetzt als bald definieren, ne, ist auch noch die andere Frage, ähm, dann fragt einer, ob weitere europäische Techniken hinzukommen, wenn Feederrouten implementiert wurden, jetzt möchte ich mal gerne wissen, was er unter europäischen Techniken versteht, Grundangeln allgemein oder was, keine Ahnung, weiß ich halt nicht, äh, aber die schreiben, wenn es gut läuft, dann ist die erste Phase Ende Frühling fertig, was ja auch schon mit einem Widerspruch steht, zu der Zeitangebore, irgendwie, ne, was war da für Feederrouten, ähm, ähm, Feederrouten, drei bis vier Monate, drei bis vier Monate heißt, mit zweifeln, Juni, Juli, ja, Ende Frühling, ne, gut, ich weiß jetzt nicht, wo die ihren Sitz haben, vielleicht ist da noch kalt im Juni, aber hier definitiv nicht, so, ähm, oh, und dann kann man irgendwie so unwichtige Fragen, glaube ich, hier, was ist deren Inspiration, ob die in echt angeln und so weiter und so fort, äh, dann schreiben sie auf jeden Fall, dass die viele Angler im Team haben und dass es bald auch echtes Tackle geben wird von echten Herstellern, die halt mit denen kooperieren dementsprechend, hab ich schon mal so einen Babyfisch hier gefangen, höchst du gar nicht, und jetzt hab ich noch einen Weißbarsch hier, ja, pro Mahlzeit, aber ein Kapitalmixen hier, neuer Personal Best, fast den einzigartigen, ähm, ja, auf jeden Fall wird dann halt Sponsor kommen, und dann, nochmal die Frage, ähm, was mit Nachtfischen ist, also irgendwie ist das schon doppelt gemoppelt, denn ich schreibe oben quasi schon, dass es bald kommt, in dem Monat haben sie ja gesagt, und dann hier nochmal, und dann schreiben sie, Nachtfischen wird sehr bald fertig sein, sehr bald ist also bei dem Monat, mit Topwater Tackle, interessant, interessant, es wird also tatsächlich die Möglichkeit geben, endlich mal mit Oberflächenköder zu angeln, ich hoffe, das wird richtig gut umgesetzt, weil, das ist definitiv was sehr, sehr Interessantes beim Angeln, ähm, wenn die Fischer da an der Oberfläche den Köder attackieren, und aus dem Wasser schießen, das ist schon sehr, sehr spannend, also ich hoffe, das wird auf jeden Fall gut umgesetzt, und ja, das schreiben sie hier, das halt mit Oberflächenköder, mit Posen, die leuchten, und mit Taschenlampen, geangelt wird, also sehr, sehr interessant, fast wie bei Call of the Wild, wo wir auch definitiv eine Taschenlampe haben, auf dem Kopf, und ich habe schon den nächsten kleinen Fisch, jetzt läuft es richtig, aber das war auch schon jetzt zur Frage, deshalb können wir hier mit dem Weißbarsch hier fast aufhören, habe fast mehr kleinen Fische gefangen als tatsächlich Alligator-Hechte, aber gut, ja, lassen wir auf jeden Fall mal ein kleines Shadows Update, woran sie gerade arbeiten, und mit was für Zeit spannen wir jetzt hier wieder rechnen müssen, wenn wir uns schon gefreut haben, hier auf Februar, oder März, wo die Boote eigentlich angekündigt waren, müssen wir jetzt halt noch mal halbes Jahr absitzen, aber das kriegen wir noch rum, und, da spielen wir auf jeden Fall weiterlaufen auf dem Kanal, halt nicht mehr so regulär, oder regelmäßig, solange keine neuen Updates kommen, Turniere werde ich mitspielen, werde ich wahrscheinlich da noch nämlich streamen, weil ich ab Mitte März ausziehe, oder in eine andere Wohnung ziehe, und da habe ich hoffentlich gutes Internet, um das zu machen, ich werde es aber definitiv auf YouTube dann hochladen, aber gucken wir mal, also kriegen wir schon auf jeden Fall auf Kette alles, das war es aber von diesem Video, das war es mal gewesen, ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen, und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, was auch immer das letztendlich sein wird, wo ihr reinschaut, also bis dahin, macht's gut, haut rein, und auf Wiedersehen.